Später, morgen, wir finden. Morgen hat er genauso viel Bock. Hier wär das nice, wenn hier alles voll mit Gobos wäre. Sehr geil, aber überhaupt vom Handy irgendwas sehen, weil Handy klein, ich weiß nicht. T3... Ja, dann musst du für ihn halt gesund spielen. Naja, drück mal Zeit und dann spiel mal so. Oha, Mann. Der Beste. Krass. Nur für die Handyzuschauer. Oh Mann, da kann man die Augen tun. Oh, fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, shit, ey. Oh, shit, ey. Oh, shit, Laka. Mann, Laka, da ist ein Ding, wo der zu geht, ne? Ja. Bleib bei mir in meiner Nähe, Mann. Hehehehe. Shit. Krass. Das war... Da war wenig. Da war sehr wenig. Ich dachte, er ist schon tot, Mann. Da ist der Glyphen fucking Wing, Mann. Oh, shit. Und ich hab meine Armschinken. Krass, Mann, krass. Hast du gehört, Milch? Was? Jeder macht mich nach dem Test. Fuck, 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 fuck. Das kommt in die Highlights, Mann, Alter. In die Highlights mit Titel Fuck. Fuck! Oh, fuck, 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 fuck. Na, bei dir? Bei dir hört sich das besser an. Der Sergi sagt, sein Handy hat 5,7 Zoll, da kann man schon einige sehen, ne? Das ist ja schon ein Fablet. Das ist ja schon ein Fablet. Boah, mal Laka, fast wär' best drauf gegangen. Ich hätt' so gelacht, mal Laka. Ich hätt' so gelacht und so viel Lust gehabt. Ich hätt' gar nicht gelacht. um einen neuen Chao auf 70 hochzuziehen Was schon, ne? Was schon? Das geht schon, weil das die... Da schwitzen deine Hände hin, hä? Schwitzt dein Arsch? Ja! Hände, ich bin nicht auf... Ich bin neuer Händezentrum, Mann! Schwitzen! Ich bin schon weit über Schwitzen hinaus! Oh, shit, man! Beste passive Fähigkeiten! Fucken, jemand hier erzählt! Der nächste da ist der Lüft! Du bist zu schön verkörden, Mann! Nee, ich hab heute zwei Momente schon gehabt, aber ich hab ja 90...